Moment, das ist nicht New York. Ich sagte, Moment, das ist nicht New York. Moment, das ist nicht New York. Ich sagte, Moment, das ist nicht New York. Was machst du denn da? Zebras können nicht Autofahren. Nur Pinguine und Menschen können das. Echt jetzt? Echt jetzt? Die war schön. Ja, fandst du auch? Okay. Denk dran, wir tauchen ab, nur bis sich der Trubel gelegt hat. Wir sind unsichtbar. Marty? New York, New York, it's a heck of a town. The beep, brrrr, but the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York. Es geht wieder los mit Marty, Gloria, Alex und Melman. Nein, Melman, ich bin Marty. Und überzeugt euch selbst. Hippah! Woo! Genau. Ich greife mir die Pinguine. Ah, das läuft doch immer alles noch. Ja, wenn man das einmal kann, verlernt man das auch nicht. Aber wie sollen wir uns durch Europa schlagen, ohne aufzufallen? Aber wie sollen wir uns durch Europa schlagen, ohne aufzufallen? Ah, ich bin auf einem Hochseil! Ah, 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 ah! Huh, ah! Ja, wunderbar. Noch eine vielleicht draufsetzen. Noch abrupter hinten. Ja, 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 ja. Es muss schlimmer sein auch. Huh! Ah! Genau, die war. Es war eine Entrüstung noch mit drin. Ja, fein. Leute, wir werden verfolgt! Wo ist es? Das Casino. Da ist es, das Casino. Wo ist es? Das Casino. Wenn es um eine Kissenschlacht geht, kämpft ihr ja wie kleine Mädchen. Jimmy Cenga, die Kissen sind ja mit Vogelbabys gefüllt. Lunter brennt! Also Spaß ins Gesicht. Da ist es, da war's. Dasägver찰 ist einfach so scheiße. Sie vollidiot, wie konnten Sie, Sie entwichen lassen? Sie vollidiot, wie konnten Sie, Sie entwichen lassen? Sehr schön. Sehr schön. Voilà, Giraffe auf zwölf Uhr. Voilà, Giraffe auf zwölf Uhr. Arme Tierchen, jetzt kriegt ihr's mit mir zu tun. Ja, das kann doch noch verbissener sein, ne? Äh, selbstverständlich. Arme Tierchen, jetzt kriegt ihr's mit mir zu tun. Puh! Aber euer Fell gehört mir. Aber...